Hallo Leute, der Neid mich hier. Wusstet ihr schon, dass ihr nicht gegen das Urheberrecht verstoßen dürft? Also die Misty weiß das jetzt! Tja, die Misty hat dazu gelernt! Ähm, ne, äh, ging darum, sie hat eine Verwarnung gekriegt wegen Urheberrechtsdingens, wegen Usu, wegen diesem Blablabla, was sie auf Doppel-S hat. Tja, ist zwar doof, ja, kann man nichts gegen machen, ne? Äh, ja, weiter zum Game. Wir waren beim, halt, Dingens, letzten Boss-Kerl-Dingens, ja, beim Champion halt. Und, cool. Sind wir bereit, gegen den Champion anzutreten? Nein, sind wir nicht, nochmal zurück. Nein, natürlich sind wir da, und, los. Die? Die? Äh. Oh. Hey. Vielleicht hätte ich vor allem fein meine Pokémon heilen sollen. Nee. Egal. Oh, fuck, was ist das denn? Nightmare. Okay, die Option ist ja schlecht. Solarstrahl! Hm, sehr effektiv. Ich könnte zumindest die Attacken mal auffüllen können. Hm. Ja, frisst jetzt sowieso spät. Das wie ich. Ich versuche hier nochmal Solarstrahl, was einmal klappt, das kann ja nochmal klappen. Obwohl, es ist Drachen, Alter. Ja, nicht sehr effektiv. Scheiße. Okay, Slash. Hm, es lebt nur. Jetzt heilt sich das, will ich bestellen. Okay. Okay. Ja, dein Speedbooster enthält mich ein Scheiß. Ja, heilt sich doch her. Slash-Tag-Ban. Wow. Das war beeindruckend. Oh, naja, egal. Was kommt jetzt? Das wie ich, was viel zu hoch steht. Also auf dem... Naja. Versuchen wir es. Geofrisur! Zack. Hat doch schon mal prima geklappt. One-Hit-K-O. Guck mal mehr. Oh, ein Drachenkrieg. Okay, versuche ich es nochmal. Geofrisur. Wirkt nicht. Okay, gut. Hm. Hat zugelernt. Au. Die Sonne ist schon gestimmt. Moment, eben was checken. Ich darf nicht vergessen, dass ich drei starke Pokémon habe. Eis ist kälte. Also mal Eis. Passt. Komm zurück! Nightmare. Legendary Fire Nightmare. Du bist dran. Legendary Water Ice Nightmare. Drachenklaue hier. Eisstrahl. Und weg ist es. Auch noch kritisch. Okay. 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 Und was kommt jetzt? Ach, diese Wrestling-Crew. Okay. Versuchen wir es. Fontäne. Komm, du bist tot, oder? Du bist tot. Du bist... Du lebst. Okay, dann wirst du jetzt sterben durch meinen mächtigen Eisstrahl, gleich. Eisstrahl. So, jetzt. Ich meinte jetzt. Oh, äh. Hm. Gut, die heilt dann bestimmt so, wie sie... Ja, war klar. Hm. Mal gucken, ob sie es vielleicht nochmal heilt. Also, ich hab nichts dagegen. Eisstrahl. Ein paar Mal. Es regnet. Weiter. Dreimal. Hm. Ey, Gott. Mädchen, du verzögerst es endlich doch nur. Es ist eindeutig, dass ich gewinne. Jetzt mal ernsthaft. Stirb endlich, du scheiß Wieg. Mein Gott. Endlich. So, was kommt jetzt als ihr letztes Poki? W-w-was? Nein. Das ist zu einfach. Das ist... Das ist wirklich zu einfach. Nein, komm. Eine normale Attacke ist teilweise tot sein. Das ist zu... Es hat überlebt. Okay. Ja. Gut. Oh. Scheiße. Mir ist gerade eingefallen, dass das Teil jetzt Eiseskälte drauf hat. Okay. Warte ich es jetzt so weg zu hauen? Aber dann würde ich auch sterben. Oder... Nee, ich weiß. Ich switche. Wehe. Du benutzt jetzt Eiseskälte. Okay. Damit machst du mir die Sache gerade ein bisschen einfacher, als ich sie überhaupt haben wollte. Gut. Plasierblatt und tschüss. Tja, das war's. Tolles Gefühl. The hell you are, sir. Ich habe gewonnen. Yeah. Es ist Zeit für ein Sieges-Duplo. So. Und in der Zeit, wo ich es verspeise, werdet ihr jetzt hier schön da mit diesem Standbild da... Oh, denn mal ist es auch interessant. Mhh. Oh, ja. Mh. 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 Yum, 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 yum. Mh. 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 Was zur Hölle? Süßer, bevor du gehörst, äh, musst du ja was sagen. Oh, es ist vorbei. Oh, süßer, take. Nimm diesen Gratulationskuss. Superkuss, oh yeah! Hm, nur einen zu small sind. Also es war eigentlich immer noch bei jedem Pokémon. Wie zur Hölle sind die hier hingekommen? Die müssten all diese vier Leute da besiegt haben, um hier hinzukommen. Naja. Forget something. Do know what it is. Wonsarik kicked the bad guys. What about the Pokédex? Hey. Still almost full. Hm. Ich hab 164 Pokémon gesehen und 16 gefangen. Hm. Hm. Okay. Hm. Now we should go sing. Hall of Fame. Dippa-dippa-dippa. Ehm. I'm sorry. Only the champion can enter the Hall of Fame. Duster. Warte ich hier mit Bano. Ich bin gleich zu F.O.P. Okay. Die X-Superkuss. Ohhhhh. 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 Ich hab dich durch den Hauptnieraum bourgecken aus. Deineur Name soll hierr efforts bleiben. Wieso hab ich eigentlich die Aichhörnchen mitgenommen? Ach egal. Dass das Ende epischer aussieht. Nightmare 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 Oh yeah, das Seeds got to us. Will come to the Hall of Fame Und natürlich ich League Champion Congratulations Pokémon Quartz Credits Ja, das ist Tigard Und das ist Dieses eine Viech, was ich hatte, dessen Namen ich vergessen habe Aber ich weiß immerhin, dass es Tigard war Yeah, die Pokémon Sind das die, die wir haben, oder? Weil dann geht es ja ziemlich schnell vorbei Weil dann geht es ja ziemlich schnell vorbei Nein, das sind die, die wir gesehen haben Ist geil Ja, jetzt mal ernsthaft Müssen wir uns das antun? Äh Ja stimmt, hier sieht man nur die Pokémon, die ich besitze Und ja, es sind nur 16, also wird das sich ewig wiederholen Ich wollt's Ich wollt's, naja egal Ja Leute, ähm Ich würd sagen, es kommt noch so ein kleines Special-Video Wo ich Dann Raikwasa fange Oh, das Raikwasa-Teil Und vielleicht auch die Raikis Wenn ich sie finde Weiß ich nicht Naja Leute, sonst Wenn diese Videos nicht kommen Dann war's das Für dieses Let's Play What the fuck Na egal Dann, äh, ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt Auch wenn's Manchmal ein bisschen bescheuert war, dieses Let's Play Und vor allem dieser Fail, den ich hatte mit den Pokémon neu fangen und so Aber Ja Es war trotzdem toll, dass ihr zugeguckt habt Und Ich bin weg Leute Ciao